PG 12 Manchmal ist es am schwersten für eine Heilerin, sich selbst zu heilen. Die Reise, die auf der Insel der Dämmerung ihren Anfang nahm, wird über mein Schicksal entscheiden. Und über das der Welt. Unsere Städte werden von massiven Angriffen erschüttert. Doch inmitten aller Zerstörung haben wir unsere Macht vereint. Ich schwöre euch nun, wird euer Blut auf dem Schlachtfeld vergossen. Werde ich euch heilen. Halte Kriya Eisern dem Ansturm stand. Werde ich euch wiederherstellen. Alle, die sich gegen uns stellen und unser Land verwüsten, werde ich jedoch vernichten. Willen nicht! Dides L皿 Vier 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 Untertitelung des ZDF, 2020